Hallo, willkommen zu einem kleinen Update-Video zum Turnier. Ich wollte jetzt mal den Turnierbaum nochmal kurz besprechen, um euch einen Durchblick zu geben, was die Topspieler sind, damit ihr wisst, wo ihr die Topspiele gucken könnt. Also, falls ihr das live gucken wollt. Also, ich werde die Topspiele natürlich rauspicken für meinen Twitch, wo ich das live streame. Aber es gibt natürlich mehrere gleichzeitig laufen, wenn ihr die beobachten wollt. Die sind alle mit Observer am Samstag. Dann könnt ihr vielleicht wissen, wo es lang geht. Von daher gebe ich euch mal gerade einen Überblick. Das gesagt, nochmal kurz das andere. Wir hatten gerade das Event beendet, wo wir diese Freundschaftsspiele hatten. Da sind, ich glaube, wir waren jetzt zehn Mann oder so, vom Turnier, wo die schon gegeneinander spielen, wo man viel ein bisschen auch geplaudert hat. Sowohl die Interviews, quasi Analyse nach dem Spiel, was die Spieler gedacht haben. Werden das Spiels auch mit den Spielern, den anderen Spielern darüber gesprochen, was die gedacht haben. Das war eine ganz interessante Diskussion. Das ist live noch online auf meinem Twitch-Kanal. Ich glaube, dass, wenn ihr keinen Prime da abonniert habt, das ist immer drei Tage online oder sieben Tage. Und mit Twitch, mit Prime ist das, glaube ich, noch länger online. Also, wenn ihr es auf jeden Fall die Tage anmacht, dann sollte es da sein. Mit Prime wäre es nur noch ohne Werbung wahrscheinlich dann. So, also auf jeden Fall ein riesen Erfolg, das Event. Es wurde auch gefragt, ob ich öfter sowas machen möchte. Das ist ja schon das zweite dieser Formen eigentlich, wo wir einfach aus der Community Leute treffen, Spiele machen und die live kommentieren in der Gruppe. Das kann ich gerne mal häufiger machen. Ich weiß nicht, ob ich es regelmäßig machen kann, aber das können wir gerne mal wiederholen. Das kommt eigentlich jedes Mal sehr gut an im Livestream. Und auch unter den Spielern natürlich. Noch mal das Turnier. Los geht es am Samstag. 19 Uhr. Und dann eben wie innerhalb die kommen. Best of One, Best of One und Best of Three wird das dann. Und das Finale ist dann am Sonntag um 18 Uhr. Alles auf dem Livestream auf jeden Fall zu sehen. So, jetzt meine Empfehlungen. Also, ich kenne jetzt nur die Hälfte von den Spielern ungefähr ganz grob. Von daher, das ist mit Vorsicht zu genießen. Aber die Top-Spieler, glaube ich, kann ich schon jetzt ausmachen. Auch nach heute gerade ein Stück weit. Also Punkte heißt ja nicht mehr Top-Spieler. Und heute habe ich nochmal einen besseren Eindruck für die Leute bekommen, die weniger Punkte hatten. Also Kollege Schnürschuh ist, glaube ich, ein Top-Spieler. Ich habe den hier selber jetzt noch nicht spielen sehen. Aber da gibt es ja wohl so eine Schnürschuh-Strategie und alle reden davon. Also der ist, glaube ich, schon unter den Top-Leuten dabei. Dann auf jeden Fall Kebab Sniffers, einer der Top-Spieler. Weiß nicht, wo der gerade ist. Top 20 in der Weltrangliste oder sowas. Und der hat das auch wirklich verdient. Ente ist ein sehr guter Spieler. Da lohnt es sich reinzuschauen. In den unteren liegen jetzt... Unteren? Weiter unten würde ich sagen Hawk auf jeden Fall. Ist auch eine Top-100 vertreten. Sachse. Der hat eben ein sehr starkes Spiel gegen Hawk tatsächlich hingelegt im Livestream. Also das war wirklich sehr, sehr stark. Ich weiß gar nicht mehr, wer gewonnen hat von den beiden. Auf jeden Fall haben sie sich da, glaube ich, nichts geschenkt gegenseitig. Also Sachse, obwohl seine Punktzahl jetzt nicht vermuten lässt, ist, glaube ich, auch ein neuer Anwärter als Top-Spieler. Also da würde ich auch ein Auge drauf halten wollen. Und Bruno Braunbart, der war, glaube ich, ganz gut gewesen. Er hätte mich auch mal besiegt, meinte er. Also das ist, glaube ich, ein Spieler, der auch sein Handwerk versteht. Und Tungil ist auf jeden Fall einer der Favoriten. Das ist, glaube ich, Nummer 3 oder so der Weltrangliste gerade. Genau. Also ihr seht schon, in der ersten Runde sind hier auf jeden Fall die guten Spieler alle so ein bisschen auseinandergefriemelt. Das ist Absicht gewesen. Und wenn die dann aufeinandertreffen, dann wird es richtig krachen. Und die Hoffnung ist halt, dass in den Best-of-3 eben dann die Tops aus den jeweiligen Gruppen aufeinandertreffen, was wir dann die meisten Spiele von sehen. Jo, das wäre die Geschichte. Noch als Schlusswort, falls ihr noch spenden wollt für das Turnier, hier ist nochmal der Link. Ich habe ja 200 Euro gespendet und habe jetzt auch schon jede Menge Spendengegelder bekommen, um das wieder auszugleichen. Das ist super. Je mehr halt spenden, für die Arbeit ist natürlich ganz nice, das zu haben. Aber auch, dann kann ich beim nächsten Turnier nochmal ein Preisgeld machen von 200 Euro oder sowas. Also, wenn ihr noch spenden wollt, dass ihr es immer noch gerne gesehen. Jo, und ansonsten sehen wir uns hoffentlich dann am Samstag im Livestream. Bis dann, ciao, ciao.